. 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 Ich fürchte, nächstes Jahr wird das Meer wieder etwas stürmischer. Meine Schuld. Stimmt was nicht? Ist den Leuten den Spaß verdorben. Hätte ich mich von dem Trunkenbold in die Ostsee werfen lassen sollen. Nur damit deine Gäste was zum Lachen haben. Das machen wir doch immer so. Letztes Jahr war ich dran und inzwischen bin ich auch wieder trocken. Verklinig. Hier ist nicht London, Stella. Hier muss man auch einfach mal mitspielen. Ich entscheide selber mit wem ich spiele. Schreibst du es mir aufs Zimmer? London? Na ja, in 14 Jahren ist eine lange Zeit. Erst habe ich als Au-pair in Leeds gearbeitet, dann studiert in London. Was sind Ihre Pläne nach dem Abitur der Nabel der Welt? Nee, kann ich nicht. Sie sind viel zu vernünftig für Alter. Stella das vorhin in der Schule, das war völlig verrückt. Du sagst ausgerechnet du? Was erwartest du von mir? Du musst Rücksicht nehmen. Kannst du das nicht einfach aufhören wie zwei verliebte Teenager? Ja, das weiß ich. Für dich auch. Noch so einen Tag in der Schule und ich kann mir einen neuen Beruf... Kannst du das hinbekommen, du und ich? Ich habe mir das genau überlegt. Die haben... Stella! So was habe ich noch nie gesehen. Das war wunderschön. Als Kinder haben wir nach Münzen getaucht, es war ein Spiel. Wer eine findet, hat einen Wunsch frei. Ja? Und, was hast du dir gewünscht? So was muss man sich reiflich überlegen. Vielen Dank.